Warum wollen Sie mit diesen Händen Klavier spielen? Ich habe keine Hand. Bringt Sie sie raus. Ich habe gesagt, nicht anfassen. Laufs hier! Wie kann es sein, dass sie hier landet? Wenn ihr das so ein großes Talent ausgerichtet hier landet? Damit befasse ich. Ich bin ja ein großes Talent. Im Brief fehlt das Wort Entschuldigung, es fehlt das Wort Bitte und Danke fehlt natürlich auch. Entschuldigung, bitte, danke. Ich denke, man muss den Mädel eine Chance geben. Und jetzt, dass sie alle extra was kriegen und vor sich hin dudeln Tag ein Tag aus. Es gibt einen Wettbewerb für Nachwuchspianisten. Jeder, der noch nicht 21 Jahre alt ist, kann daran teilnehmen. Ich möchte, dass Sie in die Endrunde kommen. Ich will, dass ich einen scheiß Knix mache. Das ist alles, was Sie wollen. Dass man für ihn einen Knix macht, das werde ich nicht tun. Niemals. Dann müssen wir es nicht unbedingt nach irgendeiner Scheißart Wettbewerb. Was ist der Sinn, Jenny von Lügen oder Jahrzehnte in einer Zelle zu versauern? Die Leute, ich glaube, ich bin ein Mensch! Nimm ihn schlüssel, ich muss ihn. Werde die Ausgangserlaubnis für ihre Schülerin aufheben? Damit zerstört sie ihr Leben. Wir werden nicht über Jennys Akte reden. Jetzt reden wir über ihre Akte. Das habe ich doch immer gesagt, dass ich mich nicht für dich interessiere. Ich liebe einfach nur die Musik. Niemand liebt einfach nur die Musik.